Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Ja, beim letzten Mal haben wir Neemila wieder einen reingedrückt, haben den Arena-Leiter dieser Stadt besiegt, haben jetzt 5 Orden. Und ja, wir wollen natürlich direkt das nächste etwas holen. Es wird jetzt aber nicht sein, dass ich hier hingehe, da sind ja 2 Arenen direkt beieinander. Ich würde gerne die Arena jetzt als nächstes holen, tatsächlich. Wir sollten eigentlich mittlerweile in der Lage sein, dahin zu wandern. Aber ich würde sagen, ich muss noch hier ja Pokédex-Einträge nachholen. Deswegen, es gibt jetzt 16 Einträge. Noah liest 6 davon vor und ich und Drim lesen 5 davon vor. Und ich mache auch natürlich direkt den Anfang. Für die, die die Pokédex-Einträge überspringen wollen, bzw. die sie schenken wollen, ist an der Stelle jetzt ganz kurz ein Zeitstempel eingefügt worden. Also da könnt ihr dann hinspringen. Und wir fangen dann jetzt direkt mit dem ersten Eintrag an. So Leute, wir haben hier direkt das erste Pokémon. Hypopotas, das Flusspferd-Pokémon. Es bedeckt sich mit Sand, um Keime abzuhalten. Und bewegt sich durch den Wüstensand fort. Und natürlich haben wir auch direkt seine Entwicklung. Hypoteros, das Schwergewichtspokémon. Das weit aufgelöstene Maul demonstriert seine Stärke. Es attackiert, indem es Sandmassen aufwirbelt. Das ist mir übrigens beim letzten Mal nicht aufgefallen. Das habe ich jetzt nur durch den Pokédex gesehen. Das Dummiesel, was wir letztes Mal bekämpft haben, war die Weiterentwicklung von dem normalen Dummiesel. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wollte ich nur mal eben kurz erwähnen. So, als nächstes hätten wir Flamingno, das Synchron-Pokémon. Dank ihres synchronisierten Verhaltens können alle Mitglieder eines Schwarmes perfekt aufeinander abgestimmte Angriffe ausführen. So, als nächstes hätten wir hier Fospino, das Eisfinn-Pokémon. Es lebt in Wäldern und Felsgebieten. Mit der Kraft seiner Rückenflosse kühlt es sein Nest wie eine Gefriertruhe herunter. Und direkt die Entwicklung Kyrosbyno. Ich habe auch einen Eisfinn-Pokémon. Den starken Beinen ermöglichen es ihm, eine Vorwärtsseite zu machen und mit den Klingen seiner gefrorenen Rückenflosse anzugreifen. So, als nächstes ist es dann jetzt Noir dran, euch hier was vorzulesen. Danke Shining, ich fange direkt mit dem ersten süßen Pokémon an. Und zwar mit Forgitar, dem Schmied-Pokémon. Es stellt seinen Hammer her, indem es Eisenspänne zusammenstampft. Diesen Vorgang wiederholt es so oft, bis es mit dem Ergebnis zufrieden ist. Und hier ist auch direkt die Entwicklung von Forgitar, der Forgitar das Hammer-Pokémon. Sie wohnen in Haufen aus Metallschrott. Um die Stärke ihrer Hämmer zu testen, schlagen sie diese kräftig gegeneinander. Oh ist das ein süßer Delfin. Das ist Normifin das Delfin-Pokémon. Sein Wasserring besteht aus einer Mischung aus Meerwasser und einer klebrigen Flüssigkeit, die aus dem Blasloch auf seinem Kopf austritt. Das ist Coalelo, das Halbschlaf-Pokémon. Verdünnt man Coalellos Speichel, so erhält man ein starkes Betäubungsmittel, das früher bei chirurgischen Eingriffen verwendet wurde. Als nächstes haben wir Phineon, das Flügelfisch-Pokémon. Der rosafarbene Teil seiner Haut speichert Sonnenlicht und leuchtet. Es wird angenommen, dass dies der Tarnung dient. Als letztes haben wir hier Snomnum, das Wurm-Pokémon. Mit den inneren Organen verstärkt es die Kälte, die es mit dem Schnee aufnimmt. Dadurch kann es Stacheln formen, die wie Eiszapfen aussehen. So drin du bist dran. Na gut, dann lege ich mal los. Hier haben wir Ignivo, das Fackel-Pokémon. Vor langer Zeit wurde es zwar als Bote der Sonne verehrt, aber da es öfter Waldbrände verursachte, hüteten sich die Leute auch vor ihm. Bruder, bist du das? Das hat sich aber stark verändert. Hier haben wir Bämon, das hinterläs-Pokémon. Bämon leben in Gruppen, in derhalb derer sie sich gegenseitig Streiche spielen und einander ärgern. So werden sie immer besser darin. Endlich mein Haustierter sich mir erholen würde. Das ist Gruff, das Geisterhund-Pokémon. Dieses anhängliche Pokémon ist nicht gern allein. Auch wenn man sich nur kurz um es kümmert, läuft es einem auf ewig nach. Als nächstes haben wir Legios, das Formations-Pokémon. Mit seinem ausformaren Horn gibt er Anführerbefehle zur Formationsänderung. Als letztes haben wir Scampisto, das Aquapisto-Pokémon. Verliert es eine Schere, wächst diese wieder nach. Das Gleichstein ist zwar Essbar, doch an seinem speziellen Geschmack scheiden sich die Geister. So scheinen jetzt bist du dran. Ich hab für heute frei. Oh Leute, das waren dann jetzt alle Pokédex-Einträge, die ich in der letzten Zeit geholt habe. Ihr seht jetzt sofort, dass meine Box schon sehr, sehr voll ist. Und hier auch das ultra starke Cyaner, was ich gefangen hatte. Ich hab jetzt mir hier so ein bisschen rum überlegt. Ich würde beispielsweise Taurus jetzt direkt der Freiheit wieder entlassen. Also so ältere Pokémons, die ihren maximalen Entwicklungsstart erreicht haben oder generell keine Entwicklung haben, die würde ich einfach wieder aus den Boxen rausschmeißen. Wie zum Beispiel Taurus. Dass ihr da Bescheid wisst. Zum Beispiel wie Pithis und Sengu schmeiß ich zum Beispiel auch raus. Außer ich finde die Pokémon cool, dann behalte ich sie. Aber ich kann sonst halt nicht alle Pokémons in die Boxen kriegen. Es gibt halt ein Maximallimit. So Leute, wir stehen jetzt hier am Pokémon Center. Ich will kurz gucken, kann ich mir jetzt mittlerweile endlich Hyperbälle kaufen? Ja, ich kann. Sonst noch irgendwelche neuen Bälle? Mh, nee, scheinbar nicht. Aber bei den Hyperbällen gönne ich mir jetzt auf jeden Fall. Im Übrigen, nicht alle von den Pokémons, die ich gefangen habe, habe ich so in der Gegend gefunden. Ich habe auch sehr viele Terror Rates gemacht. So. Ich will auch gucken, es gibt ein paar neue TMs, die ich herstellen kann. Wollen wir doch direkt mal gucken, ob ich die raus erkenne. Die Müsdorfengen sind, glaube ich, neu in meinem Inventar. Oh, da verbrauche ich schon die Lingelsamen für den Gigasauger. Die habe ich ja letztes Mal eingesammelt. Der Eiskreise, der ist neu. Zumindest in meinem Inventar. Okay. Nicht sonderlich viel an neuen Attacken bekommen. Aber hey, wir gehen jetzt in diese Höhle da hinten rein. Wir sind gewappnet mit Hyperbällen. Auch wenn ich eigentlich nicht wirklich neue Pokémons, äh, diese Folge eigentlich fangen will. Es wird übrigens auch noch eine Folge geben, wo ich einmal durchs Meer streife. Das kann ich euch versichern. Dazu wird es auch immer noch eine Folge geben. Mein Ziel ist es ja, den Pokédex eigentlich voll zu kriegen im Let's Play. Ich weiß nur nicht, ob ich es hinbekomme. Oder wie viele, äh, Folgen das fressen wird. Eventuell einfach wirklich zwischen den Folgen ultra viel ansammeln. Dass ich immer mindestens so zwölf Pokédex-Einträge direkt zum Start immer vorlesen kann. Die sind kaum mal als um Knarkseln. Ich würde euch so gerne fangen, ne? Aber ich habe mir vorgenommen, diese Folge jetzt eigentlich kein weiteres Pokémon zu fangen. Es gab schon genug Pokédex-Einträge. Ich komme hier nochmal aufs Kind hin und fange mir was. Wir suchen nur den Weg durch die Höhle. Ich hoffe einfach, dass ich hier gerade richtig, äh, fahre. Haryama, ich will dich nicht fangen. Ich will nur wissen, welches Level du hast. Okay, hier zahlt sich mein Training aus. Hier ist nämlich Level 40. Okay. Du willst den Ultra Punch, äh, nutzen? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Äh, hab den selten gesehen. Mach mal lieber, äh, Flammenwurf. Wir haben einen Zuschauer bekommen. Was willst du die ganze Zeit mit derselben Attacke? Ich weiß, dass die Ultra Stark ist, aber ich bin ein Geister-Pokémon. Das wird die nichts bringen. Power Punch schießt die, glaube ich, die Attacke nicht gerade ein. Oh, ist da unten vulkanische Aktivität, oder warum ist meine Karte da rot? Ich glaube, da geht's raus. Das ist die Frage, auf dem Berg oder unter dem Berg? Dass das vielleicht so eine Höhenstadt ist. Eigentlich ja eher Aufenberg, ne? Wir ignorieren alles, was hier rumschwirrt. Ich werde in Versuchung gebracht, aber ich widerstehe. Hier sieht's nach Ausgang aus. Oh, so hell. Oh, meine Augen. Da ist ja auch schon das Pokémon Center. Ich mache übrigens auch die Pokémon-Kämpfe gegen die Pokémon-Trainer-Oskine-Mannö. Gibt's hier eigentlich geile Terror-Reits? Ich will ihn jetzt nicht mal auch nicht. Ich will nur mal gucken. Ah, es geht. Und wer dich so in Versuchung gebracht? Wir wollen jetzt hier direkt die nächste Arena-Leiter-Prüfung abschließen. In Arsarila. Okay, wir haben hier ja... jetzt... Psycho-Pokémon als Gegner. Das heißt, Lucario kommt ganz bestimmt nicht dran. So, mein Team ist schon mal gestellt. Na dann, let's go, würde ich sagen. Oh, da steht jemand, den wir kennen. Ja, alles tipptopp. Ja. Danke. Ein Glücksei. Wollen wir das ins und weg es gibt. Ja. 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 Das Glücksei war, meine ich, dass man mehr Erfahrung bekommt. Ja, das... Das krieg ich mal in Kyros-Bühne, weil das noch leveln muss. Um... Äh... Hier mal... Die Entwicklung zu machen. So, ich würde gerne an der Prüfung teilnehmen. Nein! Dafür bin ich doch zu faul! Ach, direkt hier. Ist das nicht... Das ist doch die Arena-Leiterin. Hallo? Hallo? Gefühls-Gymnastik. Ach nee, das ist einer unserer Lehrer. Und... Nein, bin ich nicht. Nein, bin ich nicht! Nein! Nein, bin ich nicht! Nichts mehr. Muss ich irgendwas drücken? Kyros-Bühne, wir machen das. Ptyke. Geh, Ptyke. Wir machen das. Sperty-iyah! Ptyke. Ptyke! Ptyke. Ptyka. okay ich muss nur Y, X, A oder B drücken ich muss mehrmals drücken ich habe Spaß ich habe Spaß ohne Ende warum können die das halten ich frage mir ob einmal ausreicht oder ob ich wirklich spam muss eben das läuft der Teiler dadurch echt langsam wir sehen uns in zehn Jahren Leute ich drücke mal ein bisschen langsamer ich will hier keine Rekorde aufstellen ich bin so zornig weil ich mich bewegen muss oh nein das ist Honey soll so tun als er würde mich was überraschen Honey's Anwesenheit ist sehr überraschend für mich oder dass er mal pünktlich wäre wenn Sunny mal wieder zu spät ist sind Insider je nur meine Stammzuschauer verstehen können reicht das reicht das auch jetzt mache ich ein kleines Kind fertig oh hallo Hypno-Morba ok Level 45 war eine gute Idee vielleicht sogar zu wenig los Eis sahen los Eis sahen aber wenigstens sind wir wieder auf einem Level wo die Arena äh Leiter auch mich halten können oh nee drachenrute drachenrute oh danke komm Kyrospino Pospino war übrigens äh eine der Terror Rates und ich fand das Pokémon so cool da hab ich mitgenommen Kirlia los äh Maskagato die einfach casual direkt daneben stehen ne als ob sie die Angriffe abbekommen wollen ja die bringt Notdünger nix tut mir leid kleines Kind gib mir dein Geld danke für dein 6.000 Dollar Taschengeld zweite Hälfte um ok ich muss noch nein nein ich dachte noch ein weiterer Pokémon Kampf ich sehe was ich drücke jetzt einfach nur 2 mal pro Ding hab ich einmal verkackt aber mache ich 3 mal draus ich kann auch jedes Viertel einmal drücken ich will das äh ich will dieses Gnastik Ding nämlich nicht strecken das ist ein bisschen sieht aus du bist der das ein bisschen nicht strechen uh inna und die die ist alles die Es ist Falltrick vorbei! Ja! Kann es mal vorbei sein? Ich würde den Arena-Aidleiter endlich platt machen. Bitte! Also ich finde es auf jeden Fall cool, ne? Wie die Arena Prüfungen aufgebaut sind. Sie sind alle besonders. Ich werde es versuchen. Ich komme an meinem Kyros-Bühne und wir machen das fertig. Dieses Groink. Mit einem Eis-Strahl! Oh, oh, Kyros-Bühne. Okay, überzeugt, Maskagato, rein mit dir. Los, Maskagato! Nachtteam! Mein Medi-Talus! Das ist mein Nachtteam überstehen wird. Das hat tatsächlich überstanden. Und Maskagato gewon-hated. Na gut, Turm-Kick hat übelst viel Power, aber wenn mir Turm-Kick verfehlt, dann kriegt man selber den Schaden ab, ist das Ding. Ich belebe aber erstmal Maskagato wieder, ne? Bevor ich den ja jetzt platt mache. Ich habe dafür jetzt ein Vital-Kraut verwendet. Sehr wohl. Pokémon sagt mir gerade nichts. Also der Name. Könnte ein neues Pokémon dann sein? Ja, du sagst mir echt nichts. Ach, Tiri! Wir werden noch nicht sehen, was du kannst. Spino hat wieder ein Level-Up. War's das? Danke! Wir haben bestanden, Leute! Ja, warum nicht? Hm? Natürlich schön! Siehst aus, als ob du Mohl-Imperium verwaltest. Was? Naja. Was für innere Schönheit! Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber du scheinst sehr glücklich zu sein. Ich freue mich auch, dich jetzt platt zu machen. Oh ne! Oh ne! Ich hoffe, dass du mir wieder fachig eine Entwicklung bekommen. Der Schweif ist einfach über den Kopf gestülpt. Eistere Eistl Eistrahl! Aua! Los, heigen ihn, was ne Haken ist. keros bühne so jetzt ist es kein eis pokémon mehr sondern ein stahl pokémon nicht hinterfragen warum es liefert mir jetzt gerade zumindest den ein oder anderen vorteil wenn ich mal vom level ausgeglichen so feige ihrer familie fertig gemacht hätte nicht gedacht dass die ihrer verheiligen entwicklung bekommen hat oder lernen die beide was neues ja wirklich hatte dreck vergessen bürde wäre praktischer als meine dunkelklaue tatsächlich nuttler alles nicht in attacke ja da kommt nicht nur statt energie ball so patra ich kämpfe mal mit kiosk beino bis seine herr kristallisierung nach lässt ist aua die rachen klar und hier ist die Verschaffung ich muss auswechseln verreckt ist hoch war davor das wunderschönste punkt meines ganzen spiels das waifu pokémon so gesehen ich muss erst mal wiederbeleben ich lege die eine bühne auf ich bin ja und ich treu vor Ort ist mich kann man nicht entfernen das haben schon viele Versuchte ich könnte auch erst mal versuchen hier mit Flamboff oder mit dem anderen hier einen Status Effekt zu verursachen ein neues ich da steht die möglichkeit dass er uns zurück steckt ich wechsle mal zum Maskerato ja mich wird man halt nicht los aqua durchstoß das klingt gut wogen hat es übrigens seine fähigkeit die es dazu bekam also seine eigene fähigkeit ich nehme mal einen Luftschnitt weg wir haben Thulia besiegt das war diesmal tatsächlich ein härterer Kampf man kann drüber reden danke eine besondere Pose ja wie ich in real life ich würde umfallen und ich würde es nicht mal hinbekommen anständig es wird eins zu eins ich nur auf zwei Orden leute und dann für die psychokinese danke so Das war dann endlich auch mal ein richtig guter Kampf. Naja, darüber kann man reden. Danke. Ich freu mich auch darauf. Stimmt, da sollte ich auch mal eventuell mal vorbeischauen. Ist eventuell was dazugekommen. Hier draußen ist jetzt regnendisch. Ist ein echtes Dreckswetter. Aber wir sind hier oben auf dem Berg. Wir haben einen weiteren Arena-Orden. Wir haben eine neue TM erhalten. Also Psychokadese halt. Wenn ich mich hier umschaue, finde ich bestimmt noch eine TM mindestens. Jedenfalls Leute, wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.